Herzlich Willkommen bei fernundtrentenbau.tv Heute Morgen ein kurzes Video von BA9 Hier wird fleißig gewerkelt Leider kann ich die nächsten zwei Wochen auch noch über die Webcam zuschauen und ich denke in diesem Bauabschnitt wird sich einiges tun in den nächsten zwei Wochen und ich denke in den nächsten zwei Wochen Treppenhaus zu Bahnsteig 1 ist entkleidet worden und jetzt sehen wir auch dass er komplett betoniert ist der Aufgang Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao